Heute spielen wir das erste Mal Stumbleguys Hardcore Und das Ganze gegen unseren 8-jährigen Stumbleguys Trainer Nur das Besondere an der ganzen Sache ist, dass der Gewinner einfach mal ganze 1000 Euro von dem Verlierer bekommt Und wie das Ganze überhaupt funktioniert, seht ihr gleich Deshalb bleibt bis zum Ende dran, lasst mir mal einen Daumen nach oben da Wenn es euch gefällt, vergesst nicht zu abonnieren Und jetzt ganz viel Spaß So Freunde, wir sind direkt in Stumbleguys angekommen Und wir müssen uns ehrlich gesagt auch ein bisschen beeilen Denn unser 8-jähriger Stumbleguys Trainer hat einfach mal hier auf seiner Seite ein neues Coaching veröffentlicht Also ich meine Leute, er ist ja Stumbleguys Trainer Und verkauft jetzt hier quasi irgendwie eine neue Art Leute zu trainieren Und das Ganze nennt sich hier einfach mal Stumbleguys Hardcore Ich kann damit ehrlich gesagt noch nicht so viel anfangen Und genau deshalb habe ich mir das auch gekauft Bedeutet Leute, wir werden uns wieder jeden Moment mit dem Trainer im Discord treffen Und dann würde ich sagen, sind wir einfach mal ganz gespannt darauf, was der Kleine uns hier gleich trainieren wird Natürlich werden wir wie immer ein bisschen pranken, ihr wisst wie der Hase läuft Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns jeden Moment wieder, wenn der Trainer ready ist Digga, was zur Hölle passiert hier auf TikTok, Mann Da ist ja nicht mehr normal Warte mal Ich glaube, es ist soweit Der kleine Trainer ruft uns an auf Discord 3, 2, 1 Let's go Hallo? Hallo, was geht, du Loser? Da bist du ja wieder Junge, jedes Mal kannst du mal aufhören, mich Loser zu nennen? Junge, was ist dein Problem? Beruhig dich! Nö, du bist doch ein Loser Okay, pass auf Ich hab gesehen, du hast auf deiner Seite irgend so ein neues Stumbleguys-Coaching oder so, was auch immer das ist Was ist das? Erklär es mir, ich hab's mir gekauft Oh, das ist Stumbleguys-Hardcore Und das geht folgendermaßen Warte, ich erklär dir das mal ganz kurz Wir beide spielen jetzt gegeneinander Verstanden? Hast du's verstanden? Ja, also ich hör dir zu, du brauchst aber nicht so rumschreien, ja? Ja, also wir spielen gegeneinander, richtig? Du bist soweit? Ja, Junge, jetzt erzähl doch mal Ja, ich hab verstanden, wir spielen gegeneinander Okay, und was jetzt? Ja, genau Und der Gewinner von der Runde, der macht jedes Mal den Skin um eine Seltenheitsstufe höher Am Anfang sehr niedrig und dann immer höher und höher, verstehst du? Okay, warte, stopp, 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 stopp Was hast du dir da für ein Müll ausgedacht, wenn ich fragen darf? Was für ein Müll? Ey, Schimma, das ist schon Müll Ja, okay, sorry, sorry Super Idee, du, ey, wirklich? Aber das Besondere kommt noch Okay Der, der als erstes den Selten zu gehen hat, bekommt 1.000 Euro 1.000 Euro? 1.000 Euro, richtig gehört Also, aber wenn ich gewinne, dann will ich auch 1.000 Euro von dir haben, ne? Also, du hast zu viel Geld Ja, genau, ich hab zu viel Geld Ich hab erst Taschengeld Achso, du hast bestimmt schon so viel Geld bei deinem Training verdienen Das ist mir schon klar, okay Leute, ich bin jetzt ganz kurz gemutet Wir spielen jetzt anscheinend Stumbleguys Hardcore Ihr habt gehört, wie das Ganze funktioniert Das heißt, wir rüsten einmal ganz kurz jetzt hier, äh, unseren gewöhnlichen Skin aus Wir nehmen einfach mal den hier, Stumblejack Und ansonsten würde ich sagen, lasst nochmal ein Like da, damit wir das hier gewinnen Ihr wisst, es geht jetzt hier um 1.000 Euro Und ich werde auch diesmal darauf bestehen, dass ihr mir diese 1.000 Euro gebt Deshalb, tschau das Ganze bis zum Ende Ich würde sagen, wir sehen uns in der ersten Runde Okay, da sind wir auf Lavaland Okay, aber nochmal ganz kurz, Kleiner Damit ich das jetzt richtig verstanden habe Kleiner nennst du mich schon mal nicht Ja, Junge, ruhig dich Okay, schau Wer also jetzt zuerst die Runde gewinnen darf Dann quasi von, äh, von dem Skin hier upgraden Zu seltenem Skin quasi mäßig jetzt, oder wie? Richtig, du bist ja gar kein so ein Dummerchen, wie ich gedacht hab Ey, Junge, hör mal auf, mich hier zu beleidigen Sonst holzt ich dich runter, Junge Ey, 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 ey Oh mein, nein, 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 nein War das knapp, Alter So willst du nur gewinnen, oder was? Kannst du nicht anders? Äh, natürlich kann ich anders Aber ich meine, es ist halt ein bisschen langweilig Gegen dich zu spielen, weil du bist halt ein bisschen kacke Halt ein bisschen so Das wirst du gleich schon sehen, wenn ich die erste Runde gewinne Ja, okay, okay Dann schauen wir mal Ey, okay, weißt du was? Lass mal auf korrekt machen Wir machen die Runde ausnahmsweise mal ohne Special Limouts jetzt, okay? Äh, okay, ausnahmsweise Ausnahmsweise Okay, okay, okay Freunde, ich bin ganz kurz gemutet Natürlich werde ich Special Limouts benutzen, ne? Ich meine, ihr kennt mich doch Ganz am Ende werde ich ihn rausboxen Ja, dann würde ich sagen Gucken wir doch einfach gleich mal, wer hier jetzt als erstes rausfliegt, ne? Hm, das wirst du sein, glaube ich Also, weiß ich, weiß ich, weiß ich Ja, okay Ich sehe, du bist gerade noch vor mir, ey Ey, du weißt, gleich Gleich kommen diese schwierigen Platten, die richtig schnell runtergehen, ne? Ja, aber natürlich weiß ich das nicht Ja, und du weißt auch, dass wir ohne Special Limouts machen, ne? Ja, das heißt, kein Boxen oder sowas, ne? Okay, also, es wird hier gerade auf jeden Fall schon richtig spannend, oh mein Gott Okay, okay Okay, jawohl Oh, oh, okay Jetzt, jetzt, jetzt Ja! Mann, wie kann ich da runterfallen? Ja! Ach, das war so knapp Ja, also, Stummelgeist Hardcore läuft hier echt richtig super, Mann, muss ich sagen Ja, ich wollte hier einen Vorsprung lassen Alles gut, das ist alles in meinem Plan In meinem Masterplan Ach so, ja, hast du alles eingeplant, ich weiß schon Okay, das heißt, ja Ja klar, das ist normal Das heißt, ja, ich darf jetzt hier direkt zur Seltenheitsstufe, äh, ungewöhnlich gehen, hier, ne? Ja, ja, darfst du, ja, darfst du ja Die erste Runde, ja Let's go, let's go, let's go Das heißt, ich nehme hier direkt mal den nächsten Skin Äh, was nehme ich nicht? Ich glaube, wir nehmen den hier, Lieblingsfarbe Blau natürlich Oder nein, wir nehmen Messi, Leute Kleiner, du musst jetzt ehrlich sagen Ronaldo oder Messi? Äh, Ronaldo Tchiii So, okay Wir sind jetzt hier in der zweiten Runde angekommen, ne? Und ich habe hier direkt meinen ungewöhnlichen Skin am Start Was ist denn da los hier, Kleiner, hä? Ja, wow, wie gesagt, ich wollte hier eine Runde Vorsprung lassen Jetzt geht es erst los Vorsprung lassen, sagt Dann komm mal her, hier ist dein Vorsprung Lass mich los, Alter Das ist voll unfair, Mann Oh mein Gott, das kann was werden Ja, okay, dann zeig mal, was du drauf hast Ja, zeig mal, was du drauf hast, komm Ja, ich lasse mich nicht auf deine Spielchen da ein Ich, äh, mach das so Okay, aber ich habe jetzt trotzdem eine Frage Warum habe ich dafür jetzt hier Geld bezahlt? Also ich meine, du trainierst mich ja jetzt nicht, oder? Naja, die sagt mal so, du wirst nachher noch 1000 Euro bezahlen müssen, wenn ich gewinne Achso, also ich habe quasi Geld bezahlt, damit ich hier noch Geld zahlen muss Ja, du wurdest veräppelt quasi Ja, aber das ist jetzt irgendwie nicht so gut von dir, muss ich dir ehrlich sagen Ist doch jetzt egal, ich spiele erstmal weiter hier, probiere mich nicht abzulegen Junge, das war ehrenlos von dir, dass du mich abziehst Nö, jeder wird es verdient, ne? Digga, Leute, ich bin ganz kurz gemutet Ich glaube, der hat uns abgezogen, Leute Ich meine, wir zocken jetzt, aber ich meine, er trainiert mich ja nicht wirklich Ich meine, wir zocken jetzt einfach nur Und der Gewinner bekommt 1000 Euro Das heißt, wenn ich verliere, muss ich sogar noch mal Geld an ihn zahlen Eigentlich voll dumm irgendwie So, bleib mal stehen Boah, warte, ich komme jetzt mal zu dir hier rüber Und dann zeige ich dir meinen Zaubertrick, schau mal So, und zwar, komm mal, bloß mal stehen bleiben Und zwar, hey, schütz den Rand, ich bin hier pro Trainer Bleib stehen Will der mich runterboxt, ich kacke Ich kriege dich Ja, box mich doch runter, du Idiot Du kannst nicht mehr boxen Oh mein Gott, was ist hier? Jetzt schon was Pro Trainer, du wachst, ist der Beste Und damit steht es 1 zu 9 Ja, pro Trainer, pro Trainer Digga, du bist halt so lustig, ne? Wow, wow, du bist Ja, Junge, das gleich stand erstmal Wir haben beide einen ungewöhnlichen Skin Hä, was willst du? Ja, und zwar hab ich jetzt den Boxer hier Ja, wow, freu dich Junge, es hat noch gar nichts zu sagen Wir gehen jetzt die nächste Runde rein Und der Gewinner dieser Runde darf den nächsten seltenen Skin ausrüsten, okay? Okay, bin gleich dabei Okay Here we go Zu Bombardement Du weißt jetzt hier, ne? Wir haben beide einen ungewöhnlichen Skin Digga, ich sag dir ehrlich Stumblegeist Hardcore ist genau mein Ding Ich werd dich sowas von platt machen Das denkst nur du Das ist genau mein Spiel Ich werd den nächsten Sieg eintüten Ja, dann komm jetzt mehr mit deinem Boxer-Skin Und box mich mal weg, hä? Ha? 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 Ich hole dich Nein, nein, nein Junge, hör auf damit Ja, komm hier Ha? Aua, aua, aua No, aber trotzdem kriegst du mich nicht hier raus Oh nein, oh nein, oh nein Ja Oh, Tina, was machst du? Nein, wo soll ich hin? Oh, da hinten bist du Ich hau dich jetzt hier weg Ja, ja, hau mich doch weg Mach doch Ja, oder Oh nein Oh mein Gott Nein Oh, Tina Nein Oh So geil Leute, ich bin kurz gemutet Ich mach mich jetzt unsichtbar Komm von hinten und box ihn weg Und BAM Ja Du, 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 warte Nein, du hast gecheatet Das zählt nicht Wir haben gesagt, ohne cheat Ich hab dich gecheatet Was laberst du? Ich darf zur nächsten Seltenheitsstufe gehen Let's go Ach, Mann Das heißt, ich geh in den Spint rein Und nehme jetzt hier einen seltenen Skin Ich glaub, wir nehmen den Fuchs, Leute So ein Ding ist das Ne, dann würde ich sagen Können wir ja auf ganz entspannt In die nächste Runde gehen Let's go Okay Here we go Ich sehe Laser Tracer Spielen wir jetzt also Oh, das ist ein sicheres Ding für mich Und eine sichere Niederlage für dich Niederlage für mich Junge, komm mal her Was laberst du, hä? Was hast du da für einen Skin, du? Oh, warte mal Du stinkst ja voll Du bist ja so ein Fuchs Ja, du bist halt einfach nur so unlustig, ne? Ach komm Du kannst eh nicht verlieren gegen mich Deswegen bist du so Das war voll lustig Natürlich kann ich verlieren Aber das Ding ist halt Ich bin eine Seltenheitsstufe vor dir Also bin ich halt eher am Gewinner So, was laberst du? Mal gucken, wie lange du noch vor mir bist Ich glaub, nicht mehr so lang Junge Bleib stehen Ich hole mir nicht Oh, Digga, ey Du bist so ehrenlos, ne? Ey, wisst ihr was, Leute? Ich bin ganz kurz gemutet Wir machen uns einfach unsichtbar Zack Dann kann er uns nicht mehr rausboxen Weil ich glaub, er versucht jetzt auch die Taktik Dass er mich hier rausboxen will Deshalb Ich versuch mich die ganze Zeit einfach unsichtbar zu machen Dann kann er uns halt nicht rausboxen, ne? Das heißt hier einmal unsichtbar machen Let's go Wir muten uns auf weiter So, hä? Wo bin ich? Hä? Suchst du mich etwa? Nö, ich weiß so, dass du jetzt wie am Cheaten bist die ganze Zeit Ja, ja, komm doch her Komm schon Ja, komm doch Ich komme Ich komme schon Nein, 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 nein Unsichtbar Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Fang mich denn? Ich krieg dich Ja Oh, Trainer, gewinnt Let's go, Freunde 2 zu 2 Pro Trainer, pro Trainer Ja, Digga Du bist so still geworden bei dir? Was ist los? Ja, Digga Das war voll unlucky Ich hör dich gar nicht mehr Ja Die Verlierer sind immer so leise Ja, freu dich, freu dich, freu dich Ey, Digga, das ist doch kacke Ja, ist okay Ich darf mir jetzt hier einen seltenen Skin aussuchen Und ich nehm Boah, wie cool ist dieser Pinguin Nicht in den Pinguin, Willi Hm, ja Ja Let's go Okay Nächste Runde Super Slide Du hast keine Chance Du hast keine Chance Du hast keine Chance Ja, hör, was willst du machen? Nicht, ich will als erstes ins Ziel kommen Ja, mach doch Hä? Guck mal, wo ich bin Ja, du bist hinter mir gleich Ey, Junge Ja Du bist so ehrenlos, Alter Okay, pass auf Hier Komm, wir holen jetzt hier die krassesten Tricks raus Super Slide ist meine Map Komm, komm, komm Hier Die krassesten Tricks Ja, sehr gut Wo bist du denn? Ich seh dich gar nicht mehr, hä? Ich bin Ich bin hier vor dir Du siehst mich bloß nicht Ja, ich bin so gut dabei, Leute Ich bin so gut Oh mein Gott Das ist keine Chance Oh mein Gott Wie macht der das, Alter? Rekord 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 Oh mein Gott Es ist, oh mein Gott Viel zu krass Viel zu krass Nein, nein Egal, egal All die Maut Du cheatest Oh mein Gott Ich bin so schnell Hallo Die Verbindung war weg Was für Verbindung weg? Was laberst du? Ich hab gewonnen, du Loser Du bist so ehrenlos Du hast mich am Anfang weggehauen Deswegen hast du gewonnen, du ehrenloser Ja, genau Ja, daran liegt's natürlich Du hast keine Ehre einfach Weißt du, was ich jetzt mache? Ich geh in den Spind rein Und ich rüste jetzt Einen epischen Skin aus Let's go Episch, Digga, Leute Wir sind schon bei Episch, Digga Let's go Ich glaub, ich nehm den hier Den Dog Token Der sieht sehr krass aus Aus dem Monopoly Update Sehr, sehr heftig Ich würd dir jetzt sagen Such dir auch gerne einen Skin aus Aber du darfst ja nicht Weil du verloren hast Haha, wie lustig Unlustig ist Ja, ich würd sagen Wir gehen einfach rein in die nächste Runde, ne? Ja, let's go Oh ja, let's go Das kann sich doch sehen lassen Blockdash, mein Bester, hä? Ja, das sieht mir Oh, dein Skin sieht eh voll uncool aus Wie, wie kann der episch sein? Du hast einen Pinguin-Skin Was redest du eigentlich? Der ist ultra cool Ey, du machst dich unsichtbar Hör auf damit Ich mag das nicht Warum nicht? Hast du dir gesagt? Ich bin auch unsichtbar, was du zu machen, hä? Ha? Alles gut, alles gut Ich hab damit kein Problem Oh, nein, hä? Ja, egal Blockdash ist sowieso easy win Gar kein Stress Für mich, ja Für mich ist es ein easy win Nicht für dich Ja, da kommt doch her hier, ne? Digga, chill doch mal, Alter Chill doch mal, Alter Heul nicht Heul nicht, heul nicht Ja, heul doch nicht Warum heust du denn, hä? Du, du heulst doch rum Du heulst, weil du gleich rausfliegst Ha! Digga, du bist echt zu viel am Labern, ne? Du hast keine Chance auf Blockdash Du kannst hier nicht gewinnen Es ist unmöglich Du kannst nicht gewinnen Junge, wie oft willst du das noch sagen, Alter? Ja, dann gewinn doch Zeig's mir doch Mach ich doch Mach ich auf jeden Fall Ja, mach doch Bisher bin ich noch im Spiel Ich hab keine Angst vor dir, glaub ich mir Junge Hä? Oh, sieht nicht gut aus Füß einfach raus Hey! Hey! Was? Digga, was hast du gemacht? Das war ein absoluter Brot in der 08-Move So kennt man mich halt Digga, was? Oh, ja, richtig gesehen Digga, Bro Also das war halt einfach echt ehrenlos Ja, okay Dann nimm deinen epischen Skin Dann haben wir wieder Gleichstand Ich glaub, dieses Mal Nehme ich diesen Dinosaurier Der ist richtig cool Und blau Meine Lieblingsfarbe Ja, der sieht zwar absolut kacke aus Aber egal Mach ruhig von mir aus Ey, warte mal, warte mal Was hast du gesagt? Ja, sieht wunderschön aus Hab ich gesagt Dankeschön, dankeschön Ja, ja, ja Voll lustig, Mann Okay Nächste Runde läuft Honeydrop Ey, bisher, weißt du was, Kleiner? Bisher ist hier nichts entschieden Es ist Gleichstand Wir haben beide einen epischen Skin, ja? Mhm Weißt du, wie cool diese Aktion gerade eben war? Das hab ich mir voll verziehen Ja, reicht jetzt Jetzt übertreib nicht, ne? Du hast einmal einen krassen Trick gemacht hier, ne? Immer Ich bin Pro-Trainer Ja, Pro-Trainer, Pro-Trainer Hier, Pro-Trainer, da Pro-Trainer Junge, du bist Komm, geh runter, Alter Ja, aber okay Weißt du was, ist egal Lass auf die letzte Etage runter Komm, lass ganz runter Lass ganz runter Ja, mach ich doch schon Chill mal, Alter Schrei mich nicht so an, ja? Hey, schrei doch gar nicht Was lauerst du? Hier Natürlich schreist du, Alter Digga, oh mein Gott Junge Leute, ich hab ne Takti Ich bin ganz kurz genutet Ich werd einfach alle Plattformen wegmachen Mit dem Balli-Mod Dass er gar nichts mehr zum Laufen hat Es wird so OP Oh mein Gott So, ne? Womit du noch langlaufen Ich glaub, du hast gleich Echt, Junge? Keine Blöcke mehr Es hat funktioniert Das ist so unfair, Junge Du hast den Ball gemacht, Alter Ja Ich kann die Kacke Bist du eigentlich, ja? Digga, du bist so unlustig Wirklich, Mann Hä? Als du einfach runtergefallen bist Warum bist du so kacke? Ich bin Junge, du hast mal die Blöcke weggemacht Mit so einem Ball Das ist wie Cheaten, Alter Du bist so kacke Junge, nerv mich nicht Und will dir den Skin jetzt aus, Alter Ich bin jetzt bei den legendären Skins Und ich glaub, ich hab da auch schon einen coolen Skin Den ich nehmen werde Der heißt irgendwie so Ultra-Guy Der sieht richtig cool aus, irgendwie, der Skin, ne? Findest du nicht? Warte mal Nein Schön orange Oh, das sieht sehr krass aus Das Nein, 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 nein Ja? Den nehm ich, glaub ich Das ist er Niemals Das ist Nein, 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 nein Den darfst du nicht nehmen Das ist der Pro-Trainer-Skin Nö, den nehm ich jetzt Oh, warte, warte Die Durst du Ich hol dich Ja, mach doch, mach doch Okay Nächste Runde Wir bekommen Laser Dash Oh mein Gott Oh Gott Das werd ich gewinnen Safe Hedrus, gar nix Du kannst ja Du kannst nicht mal eine Map von beiden Geschweige denn beide auf einmal Hä? Was glaubst du? Na, ich kann beides Natürlich Ich glaub du kannst die Digger, ich hab mich rauszuboxen Ich bin nämlich hier Pro-Trainer-08 Hier, ne? Allein, dass du mein Skin nimmst Ist so ehrenlos von dir Alter Junge Boxt mich doch Hier bin ich Boxt mich doch Boxt mich doch Brauch ich nicht Dann bewähr dich jetzt mal Komm, zeig, was du drauf hast Hier Wow, Digga, das war echt krass Danke Ich mein, das war echt voll kacke von dir Sah gar nicht cool aus, Mann Wo bist du? Na, ich glaub ich werd die Runde gewinnen Ja, mach doch So, jetzt Äh, nein Bro, boh Komm Ja Let's go, Leute Pro-Trainer-08 Da guckst du blöd aus der Wäsche, oder? Das ist einfach nur schlecht von dir, Digga Ja, und du weißt, welchen legendären Skin ich nehm Und zwar den einzig wahren Pro-Trainer-08-Skin Ja gut, dann lass uns in die nächste Runde reingehen, ja? Okay Okay, here we go Neu, ohne neues Glück Hier, guck mal, da ist irgend so ein Faker mit so einem Pro-Trainer-08-Skin hier neben mir Junge, Alter, laber mich nicht voll Du bist der Faker, Mann Hör, Junge, was hast du? Ja, komm nachher Hä? Komm nachher, traust du dich nicht, oder was? Junge, was willst du, Alter? Hä? Komm, lass mich los, Alter Du weißt, ne? Wer jetzt diese Runde gewinnt, darf übergehen zu den mythischen Skins, ne? Ja, und zwar werd ich das sein Was für ne Frage Ja, natürlich wirst du das sein, ne? Dann gewinn doch, ne? Alter, ich bin ganz kurz gemutet Ich werd ihn gleich wieder rausboxen Es wird richtig ehrenlos Macht euch bereit Ich hab mich nicht wieder erwartet So, ne? Bisher sieht ja alles ganz entspannt hier aus, ne? Alles ganz locker Nur schade, dass du gleich rausfliegen wirst Tut mir echt leid für dich Warum soll ich rausfliegen? Das ist so easy bislang Warum du rausfliegen sollst? Fragst du dich das wirklich? Ja, was ist für ne Frage? Ja, das ist eigentlich ganz einfach Und zwar, weil ich dich rausbox Ey, Digga! Geh doch mal! Junge, wir machen ohne Boxen das Bist du ehrenloser Hä, was laberst du? Junge, du bist ehrenlos Du boxst mich da raus, Mann Bei so einem Spiel macht man das nicht Digga, du hast mich auch die ganze Zeit rausgeboxt Was laberst du? Mervt mich nicht Hier, guck mal, was ich jetzt mache Ich geh jetzt hier zu den mythischen Skins Hm, was nehmen wir denn? Ich glaub, wir nehmen den Gold Skin auf den Oh mein Gott Let's go, let's go, let's go Du weißt, das ist jetzt die vorletzte Runde Danach kommt der Special Skin Und wer zuerst mit dem Special Skin gewinnt Hat das Ganze gewonnen Und bekommt 1000 Euro Let's go Ach komm, freu dich nicht zu früh Wir machen weiter, oder? Okay, here we go Burrito Bonanza Mal eine Race Map für heute Und guck mal hier Ich bin mit dem mythischen Skin am Start, Junge Let's go Der sieht eh nicht cool aus, Alter Ob der cool ist hier Guck mal, ich bin direkt Nein, nein Oh, Glück gehabt Das ist meine Chance, Freunde Let's go Oh, oh Digga, oh mein Gott Es ist so schlecht Es ist so schlecht Warte Was ist denn los? Bist du schon nervös, oder was? Nö, ich bin hier Bist du denn schon? Hä, wo bist du? Ich bin beim Kebab Kebab Hä, was machst du so? Töner Töner, Kebab Ich behindere dir Komm her Das wird mein Sieg Das wird gar nichts Das wird gar nichts Ja, let's go Nein Let's go Nein Burrito, was tust du? Nein, bitte nicht Das ist meine Chance, wenn ich sieg Das kann nicht sein Bitte, bitte nicht Das wird meins Das wird meins Bitte nicht Bitte nicht Nein, bitte nicht Nein, nein, nein Ey, nein, nein Das kann nicht sein Bleib stehen Let's go, Alter Ja Digger, das kann doch nicht sein Katrin hat jetzt auch Den mystischen Skin Let's go, Freunde Digga, das kann doch nicht sein Bro, Digga Das kann nicht Digga, das kann nicht sein, bro Ich sag wieder nur Mia, 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 mia Hier In StumbleGuys Hardcore Ist noch nichts entschieden, Bro Noch gar nichts So Naja, weißt du, was entschieden ist? dass ich mir jetzt den nächsten mystischen Skin reinmache. Let's go, Alter. Sieht der cool aus. Ja, weißt du was, Bro? Ich gewinne jetzt die Runde und dann hole ich mir direkt den Special Skin. Dann muss ich nur noch eine Runde gewinnen. Und dann gehören mir die 1.000 Euro. Okay, here we go. Block Dash. Endless. Ich hole mir jetzt den Special Skin. Das heißt es so gerne. Ja, Special Skin. Was machst du so? So dreckig. Irgendwie habe ich boxen will. Du bist so schlecht hier. Du bist so schlecht. Nein, ich habe auch gefehlt. Box mich doch, box mich doch. Mach ich. Digga, chill mal, ja? Digga, chill mal. Chill mal, Digga. Du denkst auch, du bist so lustig, ne? Werden wir gleich sehen, wenn du da verlierst und dann heulst. Mie, 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 mie. Leute, ich bin ganz kurz gemutet. Ich werde ihn jetzt gleich rausboxen im passenden Moment. Und dann werden wir uns hier den Special Skin holen. Dann fehlt uns nur noch ein Sieg, das wir gewinnen. Ich würde sagen, auf ganz entspannt. Wir entmuten uns und gewinnen die Runde. So, ja gut. Da würde ich sagen, trau dich mal. Wo bleibst du denn? Ich bin die ganze Zeit da, wie ich eh schon bin. Boom. Ja, okay, das ist es. Mein Moment. Nein. Ja, ja, nein. Ja. Let's go, let's go, let's go. Das war so knapp, das war so doof, Alter. Digga, ich habe mich so krass gerettet mit dem Special Emote. Junge, was wolltest du machen, hä? Hast du keine Chance gehabt, oder was? Was war denn da los? Sei ruhig, es geht. Nein, wir gehen direkt weiter. Du weißt, mein Bester hier, ne? Dass ich jetzt den Special Skin habe. Bedeutet, sollte ich noch einmal gewinnen, habe ich die Stumble Guys Hardcore Challenge gewonnen. Das ist ja klar, oder? Und dann bekomme ich 1.000 Euro. Mach einfach weiter, habe ich gesagt. Aber mit Vergnügen. Mit Vergnügen. So, komm, wir nehmen mal aus, sonst weise ich hier unseren Deathskin, Digga. Das ist es. Okay, letzte Runde jetzt hier, ne? Für mich. Ja, das denkst du, für dich? Nee, 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 glaub mir. Ich hau dich hier direkt weg. Na, dann mach doch, probier doch. Mach ich, mach ich. Komm doch hier. Ja, du stehst doch hier wie so ein Viking in der Ecke. Ja, wo bin ich denn? Box mich doch. Ach, Marze, wenn ich dich in die Finger kriege, ich bin auch weg. Äh, machen wir jetzt hier Katze und Maus, oder was? Das sagst du mir jetzt. Oh, warte mal. Ja, wo bin ich denn, hä? Wo bin ich denn, wo bin ich denn, hä? Vielleicht hinter dir? Überraschung. Ey, Junge, was soll das, Mann? Aber glaub mir, das wird dir noch leid tun. Niemand ängert den Pro-Trainer. Ja, dich nicht mal treffen kannst, du merkst du? Wart nur ab, wart nur ab, du kannst noch lachen. Nein, 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 nein. Bleib. Nein, 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 nein. Go, Alter, oh mein Gott, ich hab's wirklich geschafft. Daran hat dir wirklich keiner geglaubt. Ey, Digga, das ist ja jetzt echt unlucky, Bro. Was ist denn los? Ja, rüst dein Special Skin aus, Bro. So, ich geh jetzt rein und, oh mein Gott, wie cool ist dieser Skin? Und ich glaube, das schreit nach Finale. Oh, oh. Oh, oh, oh. Leute, ich bin ganz kurz gemutet. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das soweit kommt. Aber jetzt ist wirklich Finale, Finale. Also, ihr wisst, wer jetzt gewinnt. Der hat die Sammelgeist-Hartcore-Challenge gewonnen und bekommt 1.000 Euro. Das heißt, bitte smash nochmal alle den Like-Button. Ich muss das jetzt gewinnen, sonst war's das. Oh nein. Finale Bot-Bash. Finale. Du weißt, Entscheidungsrunde hier jetzt, ne? Entscheidungsrunde, Entscheidungsrunde. Ja, ja, das weiß ich. Natürlich, ich bin doch nicht doof. Du weißt, es geht hier um 1.000 Euro. Ich werde gleich 1.000 Euro reicher sein. Ja, nee, ich werde 1.000 Euro reicher sein. Ja, komm hier. Nein, 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 nein. Oh, oh. Du musst rausfliegen. 1.000 Euro in meine Tänze. Du musst rausfliegen. Du musst rausfliegen, bitte. Nein, bitte nicht. Ja, nein, 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 nein. Oh mein Gott. Nein. Nein. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Was? Was? Was war das denn gerade? Nein. Das ist jetzt nicht sein Ernst. Digga, er ist einfach wieder aus dem Discord raus, Bro. Egal, falls es euch trotzdem gefallen hat, lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Aber vergesst nicht zu abonnieren und checkt noch unbedingt eins dieser beiden Videos hier ab. Die sind sehr, sehr nice. Und sonst würde ich sagen, ich bin raus. Ciao.